Willkommen zurück zu Schlag den Rab. Ihr seid hier nach wie vor beim 750 Abonnenten Special und wir haben jetzt hier Spiel Nummer 11 und zwar Schätzen. Es steht 28 zu 27 für mich. Stefan hat wieder ziemlich gut aufgeholt und wir schauen mal kurz in die Steuerung von Schätzen. Mit der Maus kannst du die Antwort auf dem Nummernfeld eingeben und anschließend mit der linken Maustaste bestätigen. Dann wollen wir mal loslegen. In diesem Spiel müsst ihr schätzen. Ihr spielt abwechselnd. Es werden Fragen gestellt. Ihr müsst eine Zahl schätzen und hoffen, dass ihr näher an der Wahrheit liegt als euer Gegenspieler. Der Spieler, der zuerst fünf Punkte hat, gewinnt. Klingt einfach, aber ich bin wie gesagt sehr schlecht im Schätzen. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Welches Alter in Jahren kann ein Stör erreichen? Was zum Geil nochmal ist, ein Stör? 200 sagt er. Leg mal was vor. Er sagt, ich sag einfach mal 150. Ich hab keine Ahnung, was ein Stör ist. War ja mal nicht schlecht. Deine Schätzung ist näher am richtigen Ergebnis. Super. Und unser Spiel geht weiter. Wann wurde Barack Obama geboren? Puh. 1970. Komm bitte los. Ich sage, der ist älter. Ich würde mal sagen, der ist um die 45 herum. Ich sag mal. 1967. 67, sage ich mal. Siehste? Gut geraten oder gut geschätzt. Egal. Die Runde gehört dir. Dann machen wir mal voran. Okay, Barack Obama ist über 50. Wie viele Spiele einer Mannschaft befinden sich beim Wasserball gleichzeitig im Becken? Ähm. Einer Mannschaft? 5, würde ich mal sagen. Los, zeig's uns. Ich kenne mich mit Wasserballen natürlich nicht aus. Er sagt auch 5. Bei Gleichstand gibt es keine Punkte. Okay. Obacht. Wir machen weiter. Hätte ich nicht gedacht. Wie viele Oscars gewann vom Winde verweht. Oh Gott. Wie viele er hat. Oh Gott. 12. Ich sage, er hat 9. Komm. Ja, 8. Okay. Ich schätze, der Punkt geht an dich. Meine Nerven. Und munter weiter. Wie groß ist Deutschland in Quadratkilometer? Boah, Leute. Macht mir hier jetzt nicht auch noch was. Wir warten gespannt auf dich. Er sagt 420.000. Ich sag da mal. 400. 80.000. Bravo, Herr Raab. Gut geschätzt. Ich schätze es, wenn Sie das sagen. Dann starten wir mal die nächste Runde. Also ich bin schätzen sehr schlecht. In welchem Jahr verlor Napoleon die Schlacht von Waterloo? Ähm, 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 das hatten wir in Geschichte. Zeig, was du kannst. Er sagt 1800. Ich weiß es glaube ich ganz genau. Es war 1812, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also so um den Dreh herum. Ja, 1815. Da hast du mitgedacht. Ein Punkt mehr auf deinem Konto. Nö, nö, nicht mitgedacht. Aber gewusst. Wir machen dann mal fröhlich weiter. Ich hab ja gewusst. Wie viele Turnierfußballfelder hätten hintereinander auf die Titanic gepasst. Was? Ich sag einfach mal 6. Das ist so schlicht zu schützen. Weil man nicht weiß wie groß die Titanic jetzt war. Bereit? Er sagt 3. Klasse Stefan. Du hast ein gutes Gespür. Ich bin ein Bluthund und rieche Punkte. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Ich brauche nur noch einen Punkt. Das habe ich geschaut. Es waren 8. Das waren 8. Das habe ich geschaut. Nein. 8. Aber dann mach mal. Ich glaube das war 8 zu 0 oder 8 zu 1 gewesen. Irgendwas um den Dreh herum. Aber wir haben auf jeden Fall 8 Tore bekommen. Das war exakt. Ich bin sprachlos. Naja, nicht ganz sprachlos. Ich hab's wie gesagt geschaut. Ich glaube damit ist es klar. Du hast schätzen gewonnen. Der Spielestand bis jetzt. Ich weiß auch nicht ob das ein Gruppenspiel war. Oder ob das irgendwie ein Achtelfinale oder Viertelfinale war. Aber ich glaube es war ein Gruppenspiel gewesen. Jetzt auf jeden Fall steht es 39 zu 27 für mich. Und ich bin gespannt was Spiel Nr. 12 für uns vorbereitet hat. Spiel 12 R-Hockey Das ist doch bitte nicht das, was ich gerade denke, oder? Bewege den Schläger mit den WASD-Tasten. Spieler 1 beziehungsweise mit den Falltasten. Spieler 2. Ja, ich würde liebend gerne die Falltasten haben. Aber mit WASD geht's auch. Nun wollen wir Hockey spielen. Allerdings die Luftvariante. Oh Gott. Ihr sollt mit einem Schläger den Puck auf dem Spielfeld hin und her schlagen, bis er im Tor eines Spielers landet. Wer nach zwei Minuten mehr Tore erzielt hat, gewinnt das Spiel. Ich habe das Spiel noch nie gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Seid ihr bereit? Dann los. Oh Gott. So, du zeigst uns jetzt mal, wie es funktioniert. Zwei Minuten lang, ja? Oh Gott. Oh, meine Güte. Den Punkt hast du versendet, Stefan. Aber wie? Das ärgert. So, Zeit ist deinem Gegner heimzuzahlen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Falltasten. Das ist mir jetzt unangenehm. Was ist mit dem los? Stefan. Na dann mal hurtig weiter. Äh, also was ich sagen wollte, das mit der Tastatur, das ist sowas von eine schlechte Steuerung. Der Punkt geht an deinen Gegner, Stefan. Ich brauche den Punkt ja nicht so dringend. Hier ein neuer Punkt. Er braucht den Punkt ja nicht so dringend. Es sind ja nur zwölf Punkte und er liegt im Rückstand, ne? Was war das? Sowas bin ich von dir nicht gewohnt, Stefan. Okay, langsam. Nach diesem Tor kommt hoffentlich die Revanche. Langsam magisch das Spiel, dann doch. Das war leider nichts. Diesen Punkt muss ich der anderen Seite geben. Bitte weiter. Also das mit der... Das tat weh. Und darum zählt der Punkt für dein Gegenüber. Mach mal. So, der Punkt bleibt jetzt so lange auf meiner Seite, wie es nur geht. Und zwar... Mit den Falttasten ist das so grauenhaft. Also, der Schläger, der bewegt sich echt so grauenhaft schlecht. Und trotz der miserablen Steuerung... ...lässt sich dieses Game hier doch recht einfach spielen. Das ging ja in die Hose. Jetzt muss ich aufpassen. Der Punkt soll natürlich für mich... ...gezählt werden. Das ging ja daneben. Der Punkt ist schwupps bei deinem Gegenüber gelandet. Der Hook ist da. Äh, ich sagte eben was mit dem Spiel, dass ich das mögen würde. So langsam wieder. Äh, nein. Ich hasse es, wie gesagt. Ich lasse mir das hier doch nicht gefallen. Punkt für die andere Seite. Zeig mal etwas Ehrgeiz. Also, ich bin über das Spiel einfach nur wütend. Ich hasse es, wie gesagt. Ich hasse es im echten Leben. Ich hasse es hier bei Schlag den Raab. Also... Das gibt einen Punkt. Du fängst an. Das Spiel macht mich auch gerade so mega akko, muss ich gerade sagen. Oh Gott, ey. Diese schöne Falltasten-Kombination. Den Punkt bekommt dein Gegenüber. So. Zeit ist deinem Gegner heimzuzahlen. Also, wir sind beide gleich schlecht, würde ich mal so ganz ehrlich sagen. Aber, wie gesagt. Mit den Falltasten ist es auch... Das ging in die Hose. Punkt für die andere Seite. Das mit den Falltasten ist so grauer. Und den Moderator, den bringe ich gleich noch um. Das schwöre ich euch. Wie der mir immer reinspricht. Aber das mit den Falltasten ist auch so grauer. Und das Spiel macht mich echt akko. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so schreien musste. Also, versteht mich, aber ich würde gerne das Spiel... Ich würde es so gerne gewinnen, aber es ist einfach so ein Scheiß-Spiel. Tut mir leid. Es ist einfach so ein Scheiß-Spiel. Und die Zeit ist aus. Ja. Wo noch Zeit. Stefan hat nicht nur R-Hockey gewonnen. Er ist auch noch im Sitz aller seiner Zähne. Nicht frech werden, sonst fährt deine Zahnluste morgen ins Leere. Okay, der Spruch war gut. Der Spruch war gut von... Ich bin ja gespannt auf den Spielestand. Ach du Scheiße, 39 zu 39. Ich habe es befürchtet. Das heißt, jetzt muss ich mich wieder anstrengen. Sonst war es das. Ich will gewinnen. Spiel 30. Wer weiß mehr? Wer weiß mehr? Okay. Wähle deine Auswahl mit der Maus und die Statical. Ja, okay. Das ist Hammer. Jetzt müsst ihr zeigen, wer von euch mehr weiß. Ihr spielt abwechselnd. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. Fünf Antworten sind falsch. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort auswählen. Wer viermal falsch liegt, schadet aus. Der andere gewinnt. Ich muss das Spiel einfach gewinnen. Ich möchte Schlag den Rad gerne gewinnen. Für euch. Lasset uns beginnen. Hinter welchem Begriff versteckt sich ein Likör? Eierlikör. Ach du Scheiße. Ähm. Mum nicht. Oh Gottes Willen. Gialliano glaube ich. Den ist schwarze getroffen. Stimmt. Weiter so. Ähm. Bailey ist auf jeden Fall ein Likör. Wenn nicht. Das lasse ich mal so gelten. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Richtig. Amaretto wollte ich auch sagen. Contrieu auch. Eine präzise und richtige Antwort. Die Antwort war so falsch. Da bin ja sogar ich vor Scham ganz rot geworden. Rotig schreiten wir voran. Okay kleiner Likör. Welche dieser Gegenden auf der Erde ist ein Gebirge? Ach du Scheiße. Also kleiner Likör hätte ich wie gesagt auch noch geschafft. Aber mehr nicht. Was ist ein Gebirge? Ja das Erstgebirge. Richtig. Geraten oder gewusst. Es stimmt. Oh Rainy Mountains. Oh Rainy Mountains. So geil. Aber das nehme ich natürlich nicht. Die Appelachen. Richtige Antwort. Stimmt. Die Alpen. Ja das war richtig. Gut gemacht. Rocky Mountains. Da kennt sich wer aus. Stefan. So kann ich das nicht gelten lassen. Was wollte ich? Ach ja. Ich muss mir das Lachen gerade vergleifen. Handelt es sich um eine Teesorte. Ich muss mir das Lachen gerade vergleifen. Oh ja. Beißer Tee natürlich. Super. Weiter so. Äh. Panjab ist glaube ich auch ein Tee. Nicht? Okay. Das wird euch gefallen. Welche Fußballer spielten zur WM 2006 in der deutschen Nationalmannschaft? Ach das ist easy. Das weiß ich. Das weiß ich. Wie in der Schule. Leider ungenügend. Was? Achtung. Es geht weiter. Warum hat der... Er war ein berühmter Komponist klassischer Musik. Also da stand Abhol Breitner. Breitner. Nein. Und Bertie Woods. Wenn er das gewählt hätte. Er hat ein Lied damals gemacht. In den 90ern. Das hieß Bertie Woods. Ich hätte mich tot gedacht. Wenn er das genommen hätte. Was war ein berühmter Komponist klassischer Musik? Mozart. Bravo. Richtig. Richtig. Richtig beantwortet. Giuseppe Ferdi. Die Antwort ist richtig. Stefan. Das akzeptiere ich als richtig. Frederic Choupon war auch einer. Absolut richtig. Falsch. Vielleicht solltest du einfach eine Antwort sagen. Und ich stelle die passende Frage dazu. Wie kann man Van Gogh nehmen? Pass rein. Du bist der neue Wer-weiß-mehr-König. Das geht ja ohne Probleme ab. Mal ganz ehrlich. Wer nimmt Van Gogh? Nach diesem Spiel sieht es wie folgt aus. Wer nimmt Van Gogh? Bitteschön. Naja. Wie gesagt. In Sachen Musikstil und so alles. Hier kann mir keiner was vormachen. Ihr wisst warum. 52 zu 39 steht es hier. Und ich glaube das nächste Spiel könnte die Entscheidung treffen. Hoffe ich mal. Dieses Spiel kann das letzte sein. Armbrust schießen. Oh. Armbrust schießen. Da bin ich ja mal gespannt. Bewege die Waffe mit der Maus und folge die Waffe mit der linken Maustaste ab. Ich bin mal gespannt. Eine Armbrust, ein paar Bolzen und schon geht der Spaß los. Ihr spielt abwechselnd. Ihr müsst auf eine Zielscheibe schießen und bekommt Punkte je nachdem wie gut ihr trefft. Jeder hat fünf Schuss pro Runde. Es werden vier Runden gespielt. Der Spieler, der am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Stefan hat immer noch dieses breite Grenzen auf dem Gesicht. Ich finde das so kernig. Alle Anfang ist schwer. Darf Stefan anfangen oder ich? Nicht einschlafen. Du fängst an. Ich bin gespannt. Ah, okay. Das ist das. Okay. Neun. Okay. Wieder ne neun. Okay. Das ist also richtig gut. Stefan. Ein super Ergebnis. Okay. René. Los geht's. Er ist gut. Oh man. Jetzt bin ich gespannt, wie die Maus darauf reagiert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Aber die Maus reagiert ja auch total schlecht drauf. Auf das, was ich mache. Die macht eher das, was ich will. Acht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Du hast doch zu Hause eine Armbrust im Schrank, oder? Toll. Das war nicht so schlecht. Wie? Das war nicht... Ach so. Das war nicht so schlecht. Stefan. Du bist am Zug. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch nochmal zweimal die Zehn treffe. Okay. Jetzt wird er schlechter. Wie geht das denn? Super. Ich sag nie wieder, er wird schlechter. Mann. Was für ein Blattschuss. Ast rein. Spitze. Es kann losgehen. Selbe Punktzahl. Also jetzt sollte ich mindestens zweimal Zehner treffen. Oder mindestens nur im gelben Bereich. Oh mein Gott. Ey. Das mit der Maus ist so super scheiße gemacht. Also ich kann auch nicht hier richtig treffen. Das ist halt so grauenhaft. Mit der Abschätzung. Wann kann ich wann treffen? Und dann mit der Maus. Das ist so grauenhaft. Grauenhaft. Sechs. Ja. Sieben. Ja. Das kriege ich einfach nicht hin. Mach einfach so weiter. Sogar noch schlechter. Neues Glück. Oder so. Also jetzt müsste er schlecht werden. Jetzt müsste er schon mal schlechter erzielen. Macht aber nicht. Jetzt wird er doch schlechter. Stefan. Sehr schön. Das war nicht schlecht. Zeig mal, was du drauf hast. Den kriege ich nicht aufgeholt. Das Spiel ist für den schon, glaube ich, entschieden. Unglaublich. Das war super. Sag nicht, es war super. Und bitte nicht klatschen. Oh, diese Maus. Ey, ich liebe das hier, ne? 108 habe ich jetzt. 117. Also jetzt muss Stefan... Pass gut auf. Jetzt muss Stefan richtig schlecht abschließen. Ich bin auf deinen Versuch gespannt. Jetzt muss er richtig schlecht sein. Okay, er ist durchschnittlich. Sagen wir mal so. Ich glaube, du hast heimlich geübt. Dein Zug. Viel Glück. Das kriege ich nicht mehr aufgeholt. Das sehe ich jetzt schon. Aber der Versuch ist wert. Ein durchschnittliches Ergebnis. Versuche dich zu steigern. Und Stefan hat Armbrust schießen gewonnen. Bill Hentel ist nichts gegen mich. Das heißt, es geht jetzt zum Spiel Nummer 14. Wenn es das nicht schön war. Dann sehen wir uns mal an, wie ihr liegt. Ach du Scheiße. 52 zu 53. Das heißt, das nächste Spiel muss ich gewinnen. Oh je. Ich hoffe. Dieses Spiel kann das letzte sein. Wer lügt? Okay, ich bin gespannt. Wer lügt? Das kenne ich auch von der originalen Show. Drücke die Y-Taste und so passen, wenn du denkst, dass die Antwort falsch ist. Okay. Dann sehen wir mal, wie ihr euch bei Wer lügt? anstellt. Ihr spielt gleichzeitig. Eine Feststellung muss überprüft werden. Es gibt zehn Antworten, von denen sie richtig und drei falsch sind. Jede Antwort ist nur für kurze Zeit zu sehen. Du musst passen, wenn eine Antwort falsch ist, um einen Punkt zu bekommen. Wenn du aber falsch liegst, erhält dein Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst fünf Punkte hat, gewinnt. Ich bin gespannt. Ich bin ein deutscher Adelstitel. Ach du Scheiße. Herzherzog. Herzherzog. Fürst. Ja. Also ich bin jetzt mal kurz still. Geheimrat. Die Runde ging an dich. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Es geht weiter. Sehr aufregend. Ich bin oder war König oder Königin von England. Um Gottes Willen. Elisabeth II. Ist sie aktuell, ja. Eine falsche Antwort von Stefan bringt seinem Gegner einen Punkt. Eine neue Runde beginnt. Okay, es hat sich bestätigt. Ich bin ein Rapper. Oh yeah, yeah. Dr. Dre. Ja, ganz klar. 50 Dollar. Die Runde ging an dich. Das war ja ein Klacks. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Ich bin ein Tier aus der griechischen Mythologie. Also in Sachmus... Oh Gott, das Film. Da kenne ich mich doch auch nicht aus. Aber in Sachmusik kann mir, wie gesagt, niemals was vorstellen. Ja, griechische Mythologie kann ich mir vorstellen. Loki. Tja, nur so weiter. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin in Deutschland geboren oder habe deutsche Verwandte. Okay. Diane Kruger. Die ist, glaube ich, in Deutschland geboren. Leonardo DiCaprio. Nee. Echt? Das war nichts. Der Punkt geht rüber zur anderen Seite. Hat der deutsche Verwandte? Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin ein Fleischfresser. Oh. Tiger. Ja, auf jeden Fall. Steinadler. Falsch. Ganz falsch. Punkt für die andere Seite. Ah. Hm. Interessant. Ich bin mit dem King of Pop Michael Jackson verwandt. Ich habe nur Adler gelesen. Germaine Jackson. Ja, ganz klar. Paula Abdul. Ich glaube, das ist die Frau. Keine Ahnung. Blanke Jackson. Ja, auf jeden Fall. Prinz Michael Jackson. Und somit hast du deinem Gegenüber einen Punkt geschenkt. Dabei war ich mir so sicher. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. Also, ihr könnt mich in Sachen... Ich bin eine politische Partei in Deutschland. Oh, das ist einfach. SPD. Ja. Also, ihr könnt mich da jetzt für Michael Jackson und Verwandte jetzt auslachen, aber ich habe da echt keine Ahnung. Blaue Panther. Mehr kann man von hier nicht verlangen. Gewonnen! Rentner war schon. Gewonnen! Du hast, er lügt, für dich entschieden. Nicht schlecht. Gewonnen! Gewonnen! Ein Blick auf die Statistik kann nicht schaden. Moment. Gewonnen! Yes! 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 Leute, ich habe... Ich wollte es euch versprechen und ich wollte euch garantieren, dass ich gewinne. Jetzt habe ich gewonnen. Ah, das ist einfach großartig. Es ist vollbracht. Der ewige Sieger hat verloren. Gratulation an unseren Kandidaten. Yes! Ich habe es geschafft. Sieh mal einer an. Hey, Stefan. Heute könnte es für dich eng werden. Das glaube ich nicht. 500.000 Euro. 500.000 Euro. Ja, geil. Und ich glaube, jetzt sieht man es hier auch. Bonusladen. Ja, 500.000 Credits. Wäre das jetzt echtes Geld? Ich würde erst mal für ein paar Wochen Urlaub machen. An der Stelle war es das dann auch schon vom 750 Abonnenten-Special. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke mal Freitag werden wir uns dann wieder sehen, wenn es wieder ganz normal weitergeht. Ich danke euch ganz herzlich nochmal für 750 Abonnenten und freue mich weiterhin über Likes, Kommentare und ein Abo. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.